Hallo zusammen, heute sprechen wir mal wieder zum Thema Gen.ai in unserem Labor. Heute zum Thema Crea.ai, einem Tool, mit dem ihr Bilder manipulieren könnt und die Bilder werden dadurch hübscher. Ohne, es funktioniert wirklich. Ich bin durch Zufall drauf gestoßen. Lasst es uns gemeinsam anschauen. Heißt das zweite Tool in der Reihe jetzt. Wir switchen hier mal direkt rüber auf den Desktop und ihr seht hier schon, die Webseite von Crea.ai sieht sehr, sehr übersichtlich aus. Es gibt vier Hauptfunktionen, die ihr auswählen könnt und dann gibt es hier unten noch so ein paar Mini-Apps und das war es auch schon. Die Webseite lässt sich nicht nach unten scrollen oder sonst was. Das ist alles, was ihr bekommt. Und in guter alter Manier klicken wir mal erst kurz aufs Pricing und schauen, was das Pricing uns so verrät, wenn wir monatlich das Ganze bezahlen. Dann kostet es 10 Dollar und wir können da doch eine ganze Menge an Dingen machen. 36.000 Realtime-Images, 120 Enhanced-Images. Also ich glaube, mit 10 Dollar kann man viel machen und ein bisschen was kann man auch mit dem Free-Plan machen und den gucken wir uns jetzt mal kurz an. Ich habe natürlich schon ein bisschen rumgespielt, was kann Crea. Zum einen, und so bin ich darauf gestoßen, ist das Thema Enhancer. Da kann man, wie man es hier schon sieht, aus sehr pixeligen alten Bildern oder auch Bilder, die irgendwie nichts geworden sind, wieder gute Bilder machen. Und das funktioniert super, super erstaunlich gut mit KI. Ja, das Ganze geht auch mit Videos. Da kann ich ein Video-Flow basteln anhand von Keyframes. So ein bisschen wie, ich habe das bei OpenAI Zora ja erklärt, anhand von Keyframes werden da die Szenen gerendert und hier ist es auch so. Kann man austesten, gucken wir uns gleich an. Und dann gibt es noch das Thema Realtime, also das Thema Instant AI Generated Images. Das ist besonders cool, da kann man Skizzen malen und dann kommt oder kommt nicht das raus, was man davon erwartet. So, jetzt zum Thema Enhancer. Den, glaube ich, sollten wir mal angucken. Wenn wir da draufklicken und ich habe das mit dem Test, mit dem Test-Account so ein bisschen schon getestet, kann man hier einfach ein Bild reinladen und mit diesem Bild dann weitermachen. Ich habe hier unten, mit dem können wir mal anfangen, ein Bild von so einem Vogel genommen, einen Frosch, irgendwelche Leute und Lara Croft habe ich mal noch von Tomb Raider genommen in der alten Computerspiel-Variante, um zu gucken, was es da draus macht. Und ich würde sagen, da steigen wir mal ein. Das Bild von diesem Vogel hier habe ich also reingeladen. Wenn man dieses Bild hier reinlädt, erstellt sich Krea einen eigenen Prompt für dieses Bild, damit das Tool weiß, was auf dem Bild drauf ist. Da muss man auch nichts tun. Und das war es dann auch schon. Und dann ist das Bild hier so drin. Der Vogel ist tatsächlich gegen meine Scheibe geflogen zu Hause und ist dann da eine Weile gesessen vor meinem Fenster. Das heißt, auf dem Fenster waren Regentropfen drauf. Es war ziemlich düster. Und man sieht, auch das iPhone konnte hier kein gutes Foto machen. Und jetzt passt mal auf, was Krea AI mit diesem Foto macht. Jetzt kann man nämlich hier so einen schönen Vergleich mit Vorher-Nachher machen. Und ihr seht schon, dieses Metallgitter hat schon richtig gut rausgearbeitet. Und wenn ich jetzt hier mal über den Vogel ziehe, dann sieht man, huiuiui, plötzlich wird aus diesem Unscharfen etwas, was gegebenenfalls ein Vogel sein könnte, tatsächlich ein Vogel. Und was ich so richtig, richtig cool finde, ist, die Proportionen und alles, was man hier sehen kann, bleibt genau gleich. Das heißt, die weißen Elemente, die schwarzen Elemente, er macht eine Textur an Felde zu. Wenn wir hier mal reinzoomen, guckt euch das mal an. Das ist der reine Wahnsinn tatsächlich. Warum der Vogel jetzt hier einen Wassertropfen im Schnabel hat, darüber können wir jetzt streiten. Aber guckt euch das mal an. Allein mit diesem Use Case hat das Tool sich für mich, also jetzt nicht gelohnt, aber es hat sich gelohnt, ein Video dazu zu machen, weil ich fand das so wahnsinnig beeindruckend, was die KI hier aus meinem verhunzten Vogelfoto gemacht hat. Das Gleiche können wir auch mal weitermachen. Wir können hier einfach mal, ach so, und bei Settings kann man natürlich jetzt hier Dinge noch mit einstellen. Der Prompt, den der sich selber erstellt hat, war einfach nur, a small bird is sitting on a gray mesh surface with raindrops. Ja, das war's, habe ich nicht gemacht, hat das Ding gemacht. Und dann habe ich auf Enhance geklickt und das war's. Ja, das ist dabei rausgekommen. Das Gleiche habe ich probiert mit dem Frosch. So sah dieses Froschfoto aus. Habe ich bei Google einfach nach unscharfes Froschfoto gesucht. Da kam dieses Froschfoto. Und guckt mal, plötzlich ist der Frosch einfach irgendwie in den gleichen Proportionen. Im Prinzip könnte das genau der Frosch sein. Sieht gut aus. Das Gleiche habe ich mit zwei Fröschen probiert. Guckt mal, das Foto sieht unmöglich aus. Habe ich auch bei Google gefunden. Und dann lasst mir das Ding drüber laufen. Und plötzlich, guckt mal diesen Frosch hier an. Plötzlich sieht er aus wie ein richtiger Frosch, wenn ich hier, also vorher, nachher, vorher, nachher. Ich weiß gar nicht, ist der Hammer. Für Menschen geht das auch. Wobei, da weiß ich jetzt nicht. Also das Foto habe ich auch von Google. Das heißt, von Google Bildersuche. Also irgendwelche Copyrights sollten da jetzt nicht drauf sein, hoffe ich mal. Sieht nicht mehr so wirklich 100% aus wie das Mädchen davor, würde ich mal sagen. Aber also Haare, Frisur, Klamotten, vor allem die Klamotten. Ja, ich meine, ist ja genau das, was davor auch ist. Die Mickey Mouse auf der Schultüte, würde ich sagen, die, weiß ich nicht, was es da draus gemacht hat. Aber, also, ich meine, guckt mal, der Rest ist der Hammer. Auch hier drüben, ja, aus so einem alten, verwaschenen Foto. Auch mit dem Hintergrund und so, einfach was Cooles gemacht. Eine Rose habe ich mal ausprobiert noch. Das Bild habe ich auch gefunden. Und ich fand dieses Rosenfoto jetzt nicht wirklich prickelnd. Und was das Ding hier macht, ist halt einfach nochmal eine ganz andere, wie sagt man auf Neudeutsch, Freshness hier reinbringen. Mit diesen Spritzern hier, mit diesen Wassertropfen, die es dann mit drauf baut und dann auch noch so wegspritzen lässt. Also, da kann man selbst aus einem OK-Foto nochmal eine ganze andere Schippe drauflegen. Dann habe ich hier noch nochmal so Polaroid-Fotos. Habe ich auch runtergeladen irgendwo. Da fand ich cool, dass er einfach diese Polaroids tatsächlich genauso lässt, ja. Ich ziehe mal ein bisschen hin und her. Und dann halt einfach dieses Auto irgendwie ein bisschen, also mit mehr Texturen macht. Die Menschen sehen so ungefähr gleich aus und der Hund hat plötzlich ein Fell, ja. Guckt mal das an. Wahnsinn, oder? Richtig cool. So, und dann habe ich gedacht, ich probiere das mal mit Lara Croft aus, was denn aus so einem Lara Croft Tomb Raider, weiß ich nicht, zwei oder drei Grafikbild entsteht. Und guckt mal, selbst aus so einem Lara Croft Bild kann der irgendwie was Interessantes machen, ja. Ist immer noch eine animierte Figur, aber es sieht so aus wie Tomb Raider 2 und so aus wie Tomb Raider 9, ja. Würde ich jetzt mal sagen. Ist auch ganz cool. Hier sieht man es vielleicht sogar noch besser. Das ist so ein uralt Tomb Raider 1 Foto, glaube ich, oder zwei. Und selbst da macht er tatsächlich ein ganz annehmbares Foto draus, ja, das immer noch irgendwie so animiert aussieht. Also im gleichen Stil, aber halt völlig anders. Dann das hier habe ich noch ausprobiert. Das fand ich eigentlich am besten. Da hat er jetzt fast schon ein real, real Gesicht drauf gemacht, ja. Da bin ich so ein bisschen, ist das jetzt noch animiert oder schon, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Da war ich mir jetzt unschlüssig. Auf jeden Fall macht er hier die Pistole richtig schön. Das funktioniert auf jeden Fall gut. Also Wahnsinn. Und dann habe ich noch eins. Ne, das war es schon. Also das waren die Fotos. Ich fand meinen Vogel tatsächlich immer noch als Beispiel irgendwie am coolsten. Dann kann man das runterladen und dann war es das. Man kann auch, und das fand ich total cool, in der Bezahlversion, die habe ich mir jetzt mal gespart an der Stelle, tatsächlich auf 4K oder 8K hoch skalieren. Also ein Upscaling bis 8K hoch. Und ihr seht, was das Ding kann von gar nichts zu etwas. Das heißt, das ist das erste Tool, dem ich wirklich glaube, dass es scharf upscalen kann. Das erzählen viele Tools, viele AI-Tools leider auch. Die wenigsten kriegen das vernünftig hin. In diesem Tool würde ich das Ganze zutrauen, nach den Ergebnissen. Was es dann auch noch kann, und ich habe es vorhin erwähnt, ist das ganze Thema Video. Da können wir mal kurz draufklicken. Da habe ich mal diese Tomb Raider Videos mal kurz hier als Keyframes reingebaut. Die passen natürlich jetzt überhaupt nicht zusammen. Ich hatte jetzt aber nicht so viel Zeit, so viel freie Zeit, Renderzeit hier, um mehr rumzuprobieren, weil dann war die Zeit schon wieder aufgebraucht hier. Da hat man nur drei Minuten Renderzeit. Und habe hier einfach mal geschrieben, Female Warrior Posing, then Running, then Shooting Gun. Ja, und das hier hat er daraus gemacht. Also man sieht, dass er quasi von den einzelnen Keyframes sozusagen, also er nimmt das erste Keyframe, macht da eine, enhance das Ganze. Ja, also es ist nicht mehr das originale Bild, er enhance das zuerst. Und dann macht er einen Übergang zum nächsten Keyframe. Passt jetzt hier natürlich nicht, aber man sieht, dass die Bewegung, obwohl das völlig unterschiedliche Bilder sind, mit völlig unterschiedlichen Posen und auch unterschiedlichen Figuren eigentlich, sieht die Bewegung relativ smooth aus, oder? Also das fand ich schon mal sehr, sehr spannend. Lassen sich bestimmt ganz interessante andere Dinge noch machen. Hier gibt es auch andere Knöpfe, die man drücken kann. Habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber also auf den ersten Blick sieht es schon mal cool aus. Und dann gibt es noch die dritte Funktion und das ist das Thema Realtime. Da können wir mal noch kurz draufklicken und das fand ich besonders interessant, weil, was der hier macht, also ich kann hier ein Bild reinladen und sagen, okay, das ist so mein Grundbild, die Elemente möchte ich eigentlich hauptsächlich in meinem Bild haben, das ist hier einfach der Wald. Und dann sage ich, ich will eigentlich Elemente aus dem Waldbild, will aber dann ein Sunset in Mountains with Lake. Ja, das habe ich hier eingegeben als Prompt. Und dann, und das ist besonders cool, das habe ich so noch nirgends gesehen, kann ich hier einfach sagen, das sind meine Mountains, also ich kann es nicht gut zeichnen, aber das sind die Mountains hier, ja. Und das hier ist die Sonne, die habe ich hier einfach reingeschoben. Und jetzt kann ich die Position von der Sonne hier einfach so ein bisschen verändern. Und der macht mir halt dann live, jetzt ist ein Mond draus geworden, macht mir halt dann live hier die Sonne in dem gerenderten Bild an die Stelle. Ich kann die Mountains jetzt auch weiter runterziehen. Dann macht er die, gucken wir mal, ob das so funktioniert. Jetzt macht er die tendenziell ein bisschen weiter runter. Jetzt ist hier der Berg in der Mitte oder ich mache sie ganz hoch. Ja, dann sind sie eher hier oben von der Proportion. Ich kann den Lake, wir können den ja mal ein bisschen verschieben. Jetzt ist er eher hier, ja. Dann schiebe ich ihn mal hier hin. Jetzt ist er eher hier, eher wieder hier drüben. Also es funktioniert jetzt nicht 100 Prozent, vielleicht einfach, weil meine, ich sag mal, Zeichenkünste tatsächlich zu wünschen übrig lassen. Aber ich fand die, also die Idee, dass ich ein quasi AI generiertes Bild, so wie wir das von Midjourney und Dali, JGBT und so weiter und so fort kennen, halt nochmal über gezeichnete Elemente nochmal ganz anders bearbeiten kann, habe ich so noch nie gesehen. Und fand ich tatsächlich beeindruckend. Deswegen habe ich gedacht, muss es hier in das Video auf jeden Fall rein. Und ich habe auch jetzt bei Google mal geguckt, wenn man zeichnen kann. Und jetzt, also jetzt kann man sich drüber streiten, ob man gut zeichnen kann, um diese linke Seite hier hinzukriegen. Wenn man, ich sag mal, zumindest so ein bisschen Proportionen kann und dann draufklickt in dem Tool. Ich meine, dann kommt das hier raus und ich würde einfach mal sagen, die Elemente, die ich genau haben wollte in meinem, besser vielleicht diesen Punkt hier, aber die Elemente, die ich haben wollte in meinem Bild, sind hier einfach quasi rübergenommen worden oder berücksichtigt worden, wie zum Beispiel hier auch. Ich wollte hier einfach so eine, so eine, so eine Figur mit Punkten und dann hat er da so Rosen hingemacht. Ja, und dann mache ich noch blaue Elemente hin und dann kommt so ein Butterfly mit dazu. Oder hier einfach zu sagen, ich habe hier irgendwie Wald, hier irgendwie eine Silhouette und hier irgendwie wieder Wald und dann kommt das hier raus. Ist schon, finde ich, extrem cool. Ja, oder hier auch so ein Pilz irgendwie mit hier so einem grünen Bobbel und dann halt einfach ein Prompt drunter schreiben, dass der grüne, der grüne Fleck halt ein Frosch sein soll. Und schon bekommt man hier so ein Bild. Ja, also noch nie gesehen. Und nochmal, also der Enhancer, den wir gerade angeguckt haben, also lässt auch für sich sprechen. Schaut euch das tun wir an. Ich bin tatsächlich begeistert und man kann mit der kostenlosen Variante, mit ein bisschen Watermarks auf jeden Fall auch rumspielen. Ja, und wie ihr seht, könnt ihr hier mit für 10 Dollar im Monat schon mal 120 Bilder zusätzlich enhancen, also verbessern und sogar 200 Videos ungefähr machen. Das ist schon eine ganze Menge, würde ich sagen. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall mal einen Monat ausprobieren. So viel dazu. Das ist Crea AI. Ist auf jeden Fall ein AI-Tool, das mich jetzt massiv oder Gen-AI-Tool, das mich massiv begeistert hat. Ich werde auf jeden Fall daran noch ein bisschen weiter testen und rumspielen und mal sehen, wo uns die Reise da hinführt. Ja, hoffe, das fandet ihr interessant und hat euch gefallen. Dann gerne ein Abo dalassen in die Kommentare. Gerne auch, welche Tools ich von diesem Prism hier auf der linken Seite noch als nächstes vielleicht zeigen soll. Es werden eh alle, also ich werde eh zu allen Videos machen. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Bis dahin, macht's gut und tschüss.